Musik New York ist immer eine Reise wert, so viel steht fest. Aber ein ganz besonderes Flair verbreitet die tollste aller Metropolen in der Vorweihnachtszeit. Die Stadt lässt sich auch in der kalten Jahreszeit mit all ihren Sehenswürdigkeiten hervorragend erkunden. Perfekt zur Einstimmung eignet sich das nagelneu erschienene Buch des New Yorker Pop-Art-Künstlers James Rizzi. Besonders reizvoll im Dezember? Die aufwendigen Weihnachtsdekorationen und Beleuchtungen, die in New York nun allgegenwärtig sind. Sie laden zum Wummeln durch festliche Straßenzüge ein und die Shops locken jetzt noch mehr Besucher an als das restliche Jahr über. Schon ab 450 Euro gibt es den Hin- und Rückflug von Deutschland aus. Und dann kann der Sightseeing- und Weihnachtsshopping-Spaß losgehen. Ein New York-Besuch im Dezember ist also uneingeschränkt zu empfehlen. Denn wer wünscht sich nicht, dass das oft anstrengende Besorgen von Weihnachtsgeschenken endlich mal wieder so richtig Freude bereitet. In New York wird das gelingen. Versprochen.